Erstmals bietet das Weiterbildungsinstitut der Hochschule Pforzheim ein Modul mit zwei Dozentinnen an. In dem folgenden Video stellen Frau Prof. Dr. Frau Gesander und Frau Prof. Andrea Wechsler sich und ihr Modul Management und Recht einmal vor. Mein Name ist Frau Gesander, ich bin Professorin hier an der Hochschule im Bereich der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und unterrichte auch strategische Unternehmensführung. Wir kümmern uns insgesamt um die Themenbereiche Management und Recht. In dem ersten Teil, dem Managementteil, orientieren wir uns dabei komplett am Managementprozess. Das heißt, wir starten einmal mit der Zieldefinition, gehen auf die Analyse genauer ein, schauen Strategieoptionen an, wie wähle ich auf Strategieoptionen aus und gehen dann zu guter Letzt noch so eine kleine Runde in die Implementierungsphase. Mein Name ist Andrea Wechsler, ich bin Professorin für Wirtschaftsverwadrecht hier an der Hochschule, verantworte auch den Bereich Nachhaltigkeit, bin im Schwerpunkt der Materialgüterrechts, innovationsrechtliche Absicherung mit beschäftigt und ausgebildete Wirtschaftsmediatorin. Frau Sander wird in diesem Modul den kompletten Managementprozess darstellen, während ich hingegen dann auf die rechtlichen Aspekte der Innovationsabsicherung, aber auch der Innovationsanreize gehen werde. Ich werde auch die Grundlagen und Methoden des Rechts darstellen und auch nicht zu vergessen, wie setze ich meine Rechte um als ausgebildete Mediatorin. Und es ist mir natürlich ganz wichtig, auch die ganzen Durchsetzungsinstrumentarien darzustellen, wie setze ich meine Rechte um, wie kann ich durchsetzen, dass in der Wirtschaft auch Innovationen abgesichert sind. Sie interessieren sich für dieses oder alle weiteren Module? Dann informieren Sie sich jetzt unter lms-weiterbildung.hs-pforzheim.de.